In diesem Video berichte ich über Alpine und Theo Pochère. Alpine hat gestern bekannt gegeben, dass Davide Brivio das Team zum Jahresende verlässt. Brivio war für 2021 als Renndirektor verflüchtet worden, war aber zuletzt als Leiter der Rennprojekte tätig. Sein Wunsch ist es, Alpine zu verlassen, um andere Möglichkeiten wahrzunehmen. Komml-2-Champion Theo Pochère hat einen Vertrag mit dem Super-Formula-Team Impul für die Saison 2024 unterzeichnet. Pochère testete vergangene Woche in Suzuka SF-Maschinen mit Toyota-Antrieb für das Impul-Team und ist bislang der einzige nicht-japanische Fahrer, der für die kommende Saison unter Vertrag genommen wurde. Obwohl Pochère den Formel-2-Titel gewonnen hat, ist ein Aufstieg in die Formel-1 für ihn vorerst nicht möglich, da das Sauber-Team Zhou Guan Yu weiter beschäftigt hat. Damit bleibt Pochère die Tür zur Formel-1 bis mindestens 2025 verschlossen. Für weitere Formel-1-News-Video liken und mir folgen.